Musik Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir eine Medaille holen wollen. Das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt wollen wir noch das i-Tüpfelchen draufsetzen. Den Titel zu holen und dann hat man auf jeden Fall was fürs Lebenswerk, dass man sagen kann, man ist Weltmeister. Kampf, spektakulärer Ballwechsel, ja und einfach, dass jeder Ball erkämpft wird bis zum Umfallen. Als wir da sind, wir hoffen, dass wir es gewinnen. Es fühlt sich unglaublich, in der Finale zu sein. Das ist das, was wir für uns gekommen sind. Unsere Ziel war es, den Finale zu machen. Wir sind sehr froh, zu spielen. Wir sind sehr froh, zu spielen. Bis zum Malen! Bis zum Malen! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war großartig. Wir sind so glücklich, dass wir endlich haben. Danke für das Event. Coole Erfahrung. Wir haben uns durchgekämpft. War nicht immer einfach. Es war anstrengend, viel zu Hause lang zu spielen. Es ist nicht immer so. Aber es war mega cool, noch bis zum Schluss, dass ich hinter Kost gespielt habe. Wir haben eine super Woche hier. Es wäre einfach schade gewesen, wenn wir hier nicht auftreten. Mit dem Sieg das Turnier beendet hätten. Aber so ist alles perfekt. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Vor allem die Schweizer Lager. Da hat das ganze Team super Arbeit geleistet. Danke an alle. Wie war die Atmosphäre? Das war großartig. Wir hatten so viel Spaß. Ja, wir hatten so viel Spaß. Und ja, das ist definitiv einer der coolsten Venues, die wir jemals gespielt haben. Und diese Gruppe hat fantastisch gemacht. Und wir sind so stolz. Wir bringen die Gruppen für uns jetzt. Und das war großartig. Aufa! Wir sind einfach überglücklich jetzt, dass wir am Sonntag das erste Mal trainiert und jetzt sind wir Studentenweltmeister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017